Liebe Eltern, liebe Mitleidenden dieser pubertären Gewalt, mein Sohn ist heute 17 geworden. Es ist Zeit, ihn ins Leben zu führen. Ich habe die Schnauze voll. Immer die Tür verschlossen. Joey, ich habe die Schnauze voll. Ja, werde ich ihm heute austreiben. Es gibt eine Methode, die ist äußerst angenehm für mich. Und ich bin sicher, danach werden so Worte wie Ey Allmann oder Ey du 31er. Das ist dann vorbei. Das ist dann Geschichte. Und ich freue mich tierisch drauf. Und wir kommen gleich. Und wenn meine Hochrechnung aufgeht, so kommt er gleich wieder hinein und wird liebevoll zu seinem Vater sein. Die zweite Zutat ist liebevoll geflockter Schnee. Am besten aus der Bio-Abteilung. Und diese beiden Zutaten werden einfach liebevoll vermischt. Nichts. Damit ist es noch nicht so weit. Nichts. Oh, mein Gott. Wie doch durch, Mann. Oh, f*****. und wenn meine hochrechnung aufgeht so kommt er gleich wieder hinein und wird liebevoll zu seinem vater sein vater du bist das beste aus meinem leben hier passieren konnte danke vater